Das Zweikorpus Polski war eine militärische Großformation der polnischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Nach der Niederlage Polens wurde sie im Irak aufgestellt und umfasste 1945 mehr als 75.000 Soldaten. Sie unterstand der polnischen Exilregierung und war Teil der polnischen Streitkräfte im Westen. Die Einheit wurde von Generalleutnant Wladyslaw Anders kommandiert. Nach der Konferenz von Njalta, deren Beschlüsse Anders auf das Schärfste kritisierte, verlangte er den Abzug seiner Soldaten aus dem Kampfgebiet. Was jedoch von den Briten abgelehnt wurde, Geschichte. Das Zweite Polnische Korps wurde 1943 aus der 1942 im Nahen Osten aufgestellten Dritte Karpaten-Schützendivision und danach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 über Persien nach Westen evakuierten sogenannten Andersarmee gebildet. Letztere nahm 1942 den Bären Wuitek, der aus dem Iran stammt, in ihren Rhein auf. Welcher nicht nur für eine gute Moral innerhalb der polnischen Truppen sorgte, sondern 1944 offiziell in die polnische Armee aufgenommen wurde. Damit er nach Neapel übersetzen durfte, wo er schließlich noch im selben Jahr die Truppen bei der Schlacht um Monte Cassino unterstützte. Indem er Kisten mit Mörsergeschossen auf unwegsamen Gelände über das Schlachtfeld trug. 1944 wurde das Gor von Ägypten nach Italien verlegt. Wo es als unabhängiger Teil der britischen 8. Armee unter General Oliver Lese unterstellt war. Das polnische Korps kämpfte an der italienischen Front und nahm unter anderem an der Schlacht um Monte Cassino, der Schlacht von Ancona und der Schlacht von Bologna teil. Die polnischen Truppen leisteten einen wichtigen Beitrag beim Durchbrechen der deutschen Hauptverteidigungslinien. Der Gustav-Linie und der Gotenstellung zu Beginn des Jahres 1944 hatte die Einheit rund 50.000 Mann. Sie hatte aber in den Kämpfen hohe Verluste zu verzeichnen. So wurden während des Entkampfes um Monte Cassino sogar die nicht kämpfenden Truppenteile ins Gefecht geschickt. In den Kämpfen in Italien fielen 2301 Soldaten des Gor, mehr als 8.000 wurden verwundet und 535 wurden vermisst. Da die Sowjetunion zwischenzeitlich sämtliche Beziehungen zur polnischen Exilregierung abgebrochen hatte und allen verbliebenen Polen die Ausreise verweigerte, lag die einzige Möglichkeit der Auffrischung der Einheit in der Befreiung von Kriegsgefangenen und Konzentrationslagern der Achsenmächte. Dies geschah auch, sodass die Einheit bis 1945 rund 75.000 Soldaten zählte. Teile der Formation, rund 20.000, wurden daraufhin an die Westfront geschickt und so aus der Einheit gelöst. Nach Kriegsende blieben Teile des Gor in Italien. Dort wurden sie 1946 demobilisiert. Die Mehrheit der Soldaten zog das Exil der Rückkehr in ein kommunistisches Polen vor. Zusammensetzung Im Mai 1945 umfasste das Gor 55.780 Mann und rund 1.500 Frauen in den Hilfseinheiten. Die Mehrheit der Truppen bestand aus polnischen Staatsangehörigen, die während der sowjetischen Besetzung Ostpolens in der Folge des Hitler-Stalin-Paktes vom NKWD in die Sowjetunion deportiert wurden. Durch das Sikorsky-Maisky-Abkommen 1941 wurden viele dieser Menschen freigelassen und ihnen erlaubt, der Armee der Exilregierung beizutreten. Diese Streitkräfte wurden in Südrussland und Kasachstan aufgestellt. Aus politischen Gründen zog die sowjetische Führung allerdings ihre Unterstützung für eine der Exilregierung loyale Armee zurück. Daraufhin transferierte Anders seine Soldaten über Persien und den Irak auf britisch kontrolliertes Territorium. In Palästina wurden ihnen noch Soldaten hinzugefügt, die über Rumänien und Ungarn in den damals französisch regierten Libanon fliehen konnten. Der Hauptteil der Soldaten kam aus den östlichen Gebieten vor Kriegspolens. Obwohl die Mehrheit von ihnen Polen waren, traten auch Weißrussen, Ukrainer und insbesondere polnische Juden dem Kor bei. Während ihres Aufenthaltes im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina desertierten viele jüdische Soldaten zur Haganer. Unter ihnen war unter anderem der spätere israelische Premierminister Menachem Biegen. General Anders entschied sich die Deserteure nicht kriegsrechtlich zu verfolgen. Daten zur Ausrüstung 248 Artilleriegeschütze 288 Panzerabwehrkanonen 234 Flugabwehrgeschütze 264 Panzer 1241 bewaffnete Mannschaftstransporter 440 leichte gepanzerte Fahrzeuge 12.064 Personen und Lastkraftwagen 420 www.barカug mit 4IT 그래요 235 www.barカug mit 5.039 www.barカug mit 6.0аров-40 إلى Schiff 245 245 245 266 278 298 32 32 33 31 Vielen Dank.